An der neuen Mitte Europas, direkt am romantischen Stadtpark und zentral in Görlitz gelegen, erwartet Sie das Parkhotel Merkür. Umgeben von der jahrhundertalten Architekturkulisse der deutschen Renaissance-Hauptstadt Görlitz garantieren 186 elegante Zimmer einen erholsamen Aufenthalt. Alles, was wir unseren Gästen anbieten, orientiert sich am wichtigsten. Genießen Sie die Region und Ihren Aufenthalt mit allen Sinnen. Die Begrüßung und Betreuung erfolgt herzlich und in der Landessprache unserer internationalen Gäste. Zum eleganten Wohnen laden die großzügig gestalteten Zimmer mit Blick in den Stadtpark oder auf dem Fluss Neiße verbunden mit modernstem Einrichtungskomfort ein. Das stilvolle Interieur mit behaglich großen Betten nach gehobenen internationalen Standard lassen viel Raum zum Wohlfühlen und Entspannen. Die Kunst des Genießens steht in unserem mehrfach ausgezeichneten Restaurant im Mittelpunkt. Kreationen der regionalen und internationalen Küche entweder à la carte, frisch zubereitet oder die Komposition eines mehrgängigen Dinners entführen die Augen und Gaumen unserer Gäste in eine köstliche Welt. Die gut sortierte Weinkarte Grand Vong Mercure bietet vollendeten Trinkgenuss von ausgereiften Gewächsen. Die am Rosengarten gelegene Sommerterrasse ist bei warmen Temperaturen der ideale Ort, das kulinarische Erlebnis mit Vogelgezwitscher und Sonnenuntergangsromantik ins Freie zu verlegen. Für die zahlreichen Geschäftskunden stehen für Events und Tagungen acht klimatisierte und größenvariable Veranstaltungsräume bis 220 Personen zur Verfügung. Modernste technische Infrastruktur und ein individuelles gastronomisches Begleitprogramm sorgen für höchste Professionalität Ihres Geschäftsanlasses. Die Angebotsvielfalt unseres Hauses grundet der hauseigene Sauna- und Fitnessbereich ab, zu dem auch Solarium und Massagen gehören und zur Entspannung einladen. Entdecken Sie die architektonische Perle Görlitz oder besuchen Sie von hier aus Dresden, Prag und Breslau. Das Hotel Mercure bietet seinen Gästen grenzenlose Möglichkeiten. Genießen Sie die Region. Herzlich Willkommen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017